So, die nächste Mission. Zeit für Action. Dinosuche. Irgendwie konnten unsere Pflanzenfresser entkommen. Sie müssen jetzt wieder zurück in ihre Gehege gebracht werden. Das Zusammentreiben beginnt. Sind Sie bereit? Eine Mission, die ich nicht wirklich mag. Das ist schrecklich. Diese Pflanzenfresser verhungern, wenn wir sie nicht in ihre Gehege zurückbringen. Bitte beeilen Sie sich. Nun denn, Sie müssen mindestens fünf Entmontosaurier und fünf Parasaurolophie. Das ist der Plural? Ich finde Parasaurolophusse aber besser. Innerhalb des Zeitraums in die Koppel treiben, damit Sie dort sicher einschlafen können. Cool. Ich glaube, ich kann auch beim Appen. Überall auf der Insel streifen wilde Tyrannosaurier umher. Benutzen Sie Ihr Gewehr. Da heißt es Tyrannosaurier, nicht Tyrannosauri? Parasauroloph... Das macht aber Sinn. Benutzen Sie Ihr Gewehr, um diese Raubtiere auszurangieren. Kein Thema. Oder einfach nur abzuballern. Dann ballern wir mal erstmal. Wo haben wir den ersten T-Rex? Da hinten. Mach ich doch glatt von hier. Scheiße. Große Klappe nix dahinter. So. Meins. Da von hier kann ich gar nicht treffen. Muss warten, dass da oben diese Anzeige erscheint. Alter, fiel hier oben wie so ein Brett. Er auch. Er auch. Oh, das war's schon? Na gut. So, die hab ich jetzt weggeknackt. Und jetzt soll ich fünf Parasaurolophie und fünf Montosaurier darüber knacken, oder wie? Ja, ich hab richtig ätzend. Und zwar so. Ah, okay. Damit treiben wir die... Sind da gerade diese Vögel unten links gespawnt? Boah, das guck ich mir jetzt erstmal mal ne Aufnahme an. So, und damit treib ich diese Parasaurolophie in die Gehege. Los jetzt. Geht lecker, happer, happer. Na gut, geht lecker schlafen, aber sonst. Und wie sie sich einfach nur verteilen, ist das ätzend. Boah, ich mag auch diese Sicht so gar nicht. So von oben runter, so. Das kann man nur bei GTA 2 machen. Aber hier ist es irgendwie... Weiß nicht. Ich klicke auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Aber ich mach hier ganz einfach... Ich möchte möglichst ein konstantes Signal. aussehen, damit die Viecher jetzt das endlich mal raffen. Das sind nur geradeaus, sondern nicht links und rechts gleich mal ausschlagen. Und dann bin ich richtig sauer. Hau hier alles kurz und klein. Na, und er hier, er chillt jetzt erstmal. Nächster, so laufen. Sind wir gleich mal da? Sind wir schon da? Kamen gerade die Vögel aus den Bäumen? Cool. Hallo? Wie weit ist denn das noch? Ah, sind doch gleich da. Ja. So. Okay. Und willkommen. Fünf Edmontosaurier. Wo sind die denn? Natürlich. Klar, wo sonst? Dann fliegen wir da mal hin. Die soll es wohl sein. Hallo, liebe Edmontosaurier. Ich habe tatsächlich mal Edmontosaurus Glätt sogar mal gesehen. Das war... Ich glaube, weiß ich gar nicht. Entweder in Oslo oder in Washington D.C. Interessiert doch keine Sau. Los Leute, ich will eine geilere Mission machen. Ich finde das zwar ganz nett, sowas hier. Ist halt mal was echt anderes. Aber davon abgesehen, ist es nicht so ganz meins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also einer kann uns flöten gehen. Oh, wohin will ich die eigentlich treiben? Daher will ich die treiben. So, im Laufschritt Marsch. Auf geht's. Geht Westen. Geht Norden. Gebt Gas. Gebt Hacke. Hallo Vögel. Tschüss Vögel. Seht mal zu, Leute. Ihr dürft noch weiter pennen. Sie haben Gedüngenpausen Luft hier im Zusammen... Achso, im Zusammentreibbereich. Doch alles richtig. Los. Ist das zu tief oder was? Nee, dich brauche ich nicht da hinten. Du Horngesicht, du Gesichtselfmeter. Gas. Du auch da. Ich brauche nur 5, aber wenn noch nur einer dann flöten geht. Guck, ich stehe mich dumm da. Stehe ich dumm da. So, weg da. Weg da. Weg da. Ab, 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 ab. Ich glaube, ich kriege immer einen Krampf im Zeigefinger. Ah, der Power-Sore-Lofos hat sich jetzt angeschlossen. Na dann. Los. Sind wir da? Bald. Und dann war es das auch schon mit dieser Mission. Wir haben mal 5 Minuten Zeit ungefähr. Wow, da spawnen aber auf einmal Vögel. Das habe ich genau gesehen. Kannst mir nicht erzählen. Na, unter 430 Schatten ist er wohl. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Na und? Sollten 5 gewesen sein. Gut gemacht. Vielen Dank, dass Sie unsere Pflanzenfresser gerettet haben. Ja, saubere Leistung. Schnell, einfach, erledigt. Und weiter. asionen 20, 17, 18, 16, 16, 17, 18... Ja, Ecco. Dann. ... ... ... ... ... ... band. ... ...